Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und heute geht die WeSpawn los. Da laufe ich jetzt gerade hin, hier in so einem Hafengebiet oder so bin ich gerade. Ist ja auch die Hafenstraße. Ja und heute Abend kommt der Kevin auch noch, da gibt es dann auch die Party. Da bin ich auch schon gespannt drauf und dann sehen wir uns auch im Hotel nachher auch noch wieder. So, ich bin ja auf der WeSpawn angekommen, habe auch schon das passende T-Shirt an. Ja und jetzt kann die Messe ja losgehen, beziehungsweise die Konferenz. Bin mal gespannt, ich glaube allzu viel werde ich nicht zeigen. Da wird es dann eher was von der Party geben und ja, dann sehen wir uns nachher wieder. Hallöchen, ich sitze hier gerade in der Lounge, mache ein bisschen Pause und hier kann man noch was trinken. Ich habe ja Becher gesorgt und ja, ich mache gerade so ein bisschen Pause und ja, draußen geht die Post ab. Messe ist gut besucht, finde ich ja super. Anders als bei der Gamescom ist die Messe so ein bisschen, ja, da kann man persönlicher reden hier. Das ist ganz cool und ja, es gefällt mir. Also ich zeige euch, ich weiß nicht, ob ich euch da noch was zeige, aber ja, werden wir ja sehen, vielleicht auf der Party noch mehr. So, wir sind hier jetzt vorab schon in der Gamescom, weil wir ja Aussteller sind und ich zeige euch einfach mal, wie das jetzt so hinter den Kulissen aussieht. Das wisst ihr ja gar nicht. Also sind hier, ja ich sag mal fast alleine auf der Gamescom und können den Leuten hier beim Aufbauen zugucken. Jetzt suche ich mal einfach hier unseren Stand. Ja, roten wir halt. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt so landen. Wir sind gerade auch hier in der Business Area. Hier wird auch fleißig aufgebaut, damit am Mittwoch auch alles steht. Also ist ja echt wichtig hier und ihr seht die Leute, die arbeiten schön. Und ja, damit wir hier ab Mittwoch bis Freitag in der Business Area schöne Räume haben für Gespräche und so weiter. Ja, so sieht das gerade aus. Immer noch Baustelle, aber ja, ich bin guter Dinge, dass es bis Mittwoch alles fertig ist. So, ich war gerade hier auf der Gamescom, habt ihr ja einige Einblicke gesehen. Ja, Mittwoch geht's los. Morgen wird immer noch aufgebaut und die sind eigentlich schon gut dran. Und dann hoffen wir mal, dass Mittwoch alles steht. Und ja, dann sehen wir uns Mittwoch hier auf der Gamescom wieder. Morgen ein bisschen respawnen und so. Ja, bis dann. Ja, wir chillen jetzt gerade, trinken ein bisschen was. Ja, und da ist der Kevin. Der chillt schön auf dem Sofa. Ganz gewöhnlich. Vor der pinken Wand, die mag er ja so sehr. Und das schöne Bild da. Ja, Party ist im vollen Gange. Ein bisschen was getrunken und ja, mit dem Taxi hin. Es war auch ganz lustig, der Taxifahrer war aber irgendwie unfreundlich. Ja, fand ich aus. Ja, der war voll komisch. Also, ja. Und ja, jetzt lassen wir den Abend auspingen und ja, mal gucken, wann wir zurück zum Hotel gehen. Ja, das dauert aber, denke ich, noch ein bisschen. Gute Nacht, eher gesagt jetzt mal. Ja, wir sind jetzt hier gerade auf der Hohenzollernbrücke, laufen nach Hause zum Hotel. Eine schöne Aussicht. Ja, eine schöne Aussicht auf den Rhein. Ja, wollten wir uns auch mal hier gönnen. Ja, und Party war ganz cool. Hat mir auch gefallen. Ja. Und jetzt... War alle da voll nett. Ja, genau. Also, kann man viele Spieleentwickler kennenlernen mit den Reden und so. Das war echt geil. Grüße an die, die wir so getroffen haben. Ja, mir auch. So, wir waren jetzt bei der Respawn Game Developer Conference. Ja, und haben jetzt ein paar Vorträge gehört von Daedalic unter anderem. Ich hab nur einen Vortrag gehört. Ich hab den von Andreas noch geguckt. Der war cool. Cooles Spiel. Ja, und ich zeig euch das jetzt mal. Wo sieht die Messe so aus? Ja, durch das Weitwinkelobjektiv sieht das so ein bisschen klein aus. Aber es ist ganz nett gewesen. Man konnte sich viele Vorträge anhören. Ja, und jetzt... Jetzt machen wir uns wieder auf den Heimweg. Morgen beginnt die Gamescom. Da will ich natürlich da sein. Und ja, dann sehen wir uns einfach auf der Gamescom wieder. Bis dann. Tschüss.